Kann ein Kind unter 14 Jahren schon in Glaubensfragen entscheiden? Wiegen das Recht der Eltern oder die Religionsfreiheit stärker als die Interessen des Kindes? Ein Rechtsgutachten im Auftrag der Frauenrechteorganisation Terre des Femmes sagt nein. Die NGO kämpft mit ihrer Petition, den Kopf frei haben für ein Kopftuchverbot an Schulen und für die Selbstbestimmtheit der Mädchen. Sie werden in Rollen reingeboren, in die sie reinpassen müssen. Sie müssen sich von vornherein an ganz, ganz, ganz viele Verhaltensregeln halten. Sie lernen, dass ihr Körper ein Tabuthema ist, der geschützt werden muss. Der geschützt werden muss vor den Blicken ihrer Klassenkameraden oder anderen Männern. Und das ist einfach fatal. Das Kopftuch sei darüber hinaus ständig sichtbarer Ausweis der Religionszugehörigkeit und könne zur Ausgrenzung der Betroffenen führen. Die Mädchen würden vom Sport- und Schwimmunterricht ausgeschlossen, manchmal auch von Klassenfahrten. Ein Kopftuchverbot an Schulen ist mit dem Grundgesetz vereinbar. So sagt es das Rechtsgutachten, weil das Schulwesen unter Aufsicht des Staates steht und Kinder erst eine intellektuelle Reife bräuchten. Das sehen viele Muslime auch so, wenn auch nicht alle. Manche Kinder wollen das von alleine auftragen. Das ist zu früh. Die müssen schon selbst erst mal wissen, warum die das überhaupt machen müssen. Wenn die das wollen, die sollen das dürfen. Terre des Femmes hofft nun auf tatkräftige Unterstützung aus der Politik.